Erziehung beginnt zu Hause. Erziehung beginnt zu. Nein, diese Uni ist privat. Uni. Die Weiterbildung ist morgen. Weiterbildung. Er geht in den Kindergarten. Geht. Kindergarten. Was ist dein Fachbereich? Fachbereich. Aber morgen habe ich zwei Prüfungen. Zwei Prüfungen. Der Fachbereich ist nicht neu. Fachbereich. Die Prüfung war zu schwer für mich. Prüfung. Schwer. Es ist mein erster Tag an der Uni. Mein. An. Uni. Du überlegst es dir. Überlegst. Überlegst. Es. Das Gymnasium ist privat. Gymnasium. Gymnasium. Sie bezahlen für die Weiterbildung. Bezahlen. Weiterbildung. Weiterbildung. Im Gymnasium gibt es keine Heizung. Gymnasium. Im. Gymnasium. Gibt. Es. Das ist meine Erziehung. Erziehung. Es gibt. Einen. Kindergarten. Aber. Habe. Ich. Morgen. habe ich zwei Prüfungen Prüfungen